E-Gold auf Maxi Listing gleich. Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Komisches Intro, oder? Nein, es ist so, dass Erron gleich auf der Maxi Global gelistet wird. Schauen wir uns das Ganze an. Hier sehen wir es noch 22 Minuten zum Videoaufnahmezeitpunkt. Wahrscheinlich bis das Video online ist, ist E-Gold auch schon auf der Maxi gelistet. Und um diese Ankunft zu feiern, haben wir zusammen mit der Maxi überlegt, wie können wir das Ganze noch etwas exklusiver gestalten und das Ganze auch so ein bisschen, ich sag mal, zu feiern und zu promoten. Auch das E-Gold jetzt auf der Maxi Global ist. Da haben wir uns überlegt und zusammen mit der Maxi ausgedacht, dass es einen MX-Token-Airdrop gibt für alle Dachraumnutzer. Ganz wichtig an dieser Stelle, wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Unter dem Video findet ihr einen Link. Und dieser ist speziell für diese Aktion. Sage ich aber auch direkt dazu, das gilt auch für bereits registrierte Benutzer. Das heißt, wenn ihr euch bereits auf der Maxi Global über einen Partner-Link, also zum Beispiel unseren, angemeldet habt, dann gilt diese Aktion auch für euch. Aber für alle, die das Video jetzt vielleicht sehen und sagen, Maxi Global kenne ich nicht, meldet euch gerne über diesen Link an, der ist speziell für diese Aktion. Und dann ist es recht einfach und zwar, ihr müsst einfaches KYC abschließen. Einfaches KYC heißt auch in dem Fall euren Ausweis hinterlegen, eine Vorderseite reicht und dann seid ihr auch schon mit dem einfachen KYC dabei und das KYC, ganz wichtig, Deutschland, Österreich, Schweiz. Diese drei Länder, das wird nachgeprüft und wenn das nicht stimmt, dann gibt es auch leider keinen Airdrop. Das ist das Erste, was man machen muss. Und dann schauen wir uns hier die Liste nochmal an. Und zwar findet ihr das natürlich auch bei uns auf Twitter. Und zwar hier diesen Link benutzen, dann KYC abschließen. Und dann könnt ihr mindestens, und das ist wirklich die Mindestanforderung, neben dem Dach KYC, zwei E-Gold kaufen. Für jeden, der jetzt sagt, oh, zwei E-Gold ist viel Geld, schaue ich auch noch gleich nochmal auf den Preis, für den, ja, dann sagt man, dann lasst den Airdrop einfach liegen. Wenn ihr aber jemand E-For hat, vielleicht aufgrund des Launchpads und so weiter, E-Gold sich zuzulegen, dann macht das eigentlich Sinn, jetzt das Ganze mitzunehmen, weil ich sage euch auch gleich, was dieser Airdrop wert ist. Und dann füllt ihr einfach dieses Formular aus, und zwar ist das das hier. Ganz einfach, haben sie zwei E-Gold auf der Maxi gehandelt, Spot-Handel, ganz wichtig, also einfach kaufen. Dann könnt ihr die auf euren Ledger schieben, auf eure Maya Wallet, wohin auch immer ihr das wollt, dann halt ja. Bei nein braucht ihr eigentlich gar nichts hier ausfüllen. Also ja, haben sie das einfache KYC aus dem Dachraum abgeschlossen, dann natürlich ja, und deine User-ID. Wie findet man die? Wenn man registriert ist, findet man die hier oben. Sehen wir hier zum Beispiel, das ist die User-ID, die einfach kopieren und hier eintragen. In meinem Fall wäre das diese hier. Dann wäre die einfach da kopiert, ja. Und dann, wie wir hier sehen, auf Twitter, seid ihr dann schon dabei. Und zwar geht diese Aktion, auch ganz wichtig, bis zum 29.03.2022, also ihr habt ja sogar noch ein bisschen Zeit, bis 17 Uhr, das Ganze abschließen, KYC und so weiter, rechnet da so, ja so 20 Minuten ein, fürs KYC abschließen ist recht schnell, finde ich auch, äh, sehr gut. Und dann halt bis 17 Uhr das Ganze ausfüllen und dann wird, braucht ihr nix machen, nachdem ihr es ausgefüllt habt, die 10 MX-Token händisch da gedroppt, bei euch auf der Wallet, und zwar im Spot-Konto. Jetzt denkt man sich, 10 MX-Token, was ist das eigentlich? Also, erstmal verweise ich darauf, dass es hier auf dem Kanal ein Video gibt, das nennt sich, was ist der MX-Token, was mache ich eigentlich damit? Und dann werdet ihr sehen, oh, der ist gar nicht so schlecht. Und für jeden, der sagt, ich will den blöden Token nicht, sondern ich will einfach nur wissen, was der Wert ist, dann schauen wir uns das hier an und dann werden wir sehen, dass er aktuell 2 Dollar wert ist. Also, ihr haltet hier einen AirDrop von 20 Dollar. Und wie gesagt, wenn jemand eh vorhat, E-Gold zu kaufen, vielleicht sagt man sich, 1,5 E-Gold kaufe ich, und sagt dann, ach komm, jetzt stock ich auch noch auf die 2 auf, um diese 20 Dollar mitzunehmen, weil, wie gesagt, ein Geschenken-Gaul schaut man nicht ins Maul. Und dann macht das einfach hier und dann seid ihr mit dabei und so feiern wir dann im Dachraum die Ankunft von E-Gold auf der Maxi Global. Gleichzeitig, weil das Ganze ist ja so, ich habe ja hier noch ein kleingedrucktes, und zwar, diese Aktion zählt auch für bereits registrierte Benutzer. Voraussetzung ist einfach KYC aus dem Dachraum, und 2 E-Gold traden, das ist ja klar, das ist ja oben als Voraussetzung. Dann ein MX-Token ist so ungefähr 2 Dollar wert. Und diese Aktion geht zusätzlich zum großen Bonus der Maxi. Jetzt denkt man sich, was, da gibt es noch einen großen Bonus. Genau, und zwar ist hier der Bonus, den wir auch schon bei LF Zero damals gesehen haben. Und zwar ist hier das Projektname, E-Gold, Total Supply und so weiter, noch mal ein paar Infos. Und zwar, Deposit and Trade to Share 132 E-Gold, die hier vergeben werden, durch dieses Gewinnspiel. Und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, und zwar kann man hier noch bis zum 27.03. 15 Uhr UTC, Stunden später, also 16 Uhr, deutsche Zeit, kann man hier noch E-Gold einzahlen. Wichtig ist halt, ihr müsst Minimum 0,3 E-Gold einzahlen, und dann könnt ihr einen in einem Price Pool, also einem Gewinnpool, von 66 E-Gold teilnehmen. Auch nicht schlecht, würde ich sagen. Dank für alle Trader unter euch. Trading heißt in dem Fall, hin und her tradet, Future Trading, Spot Trading, alles mit dabei. Und zwar braucht ihr hier ein Trading Volumen, was ihr euch natürlich aufbauen könnt, auch bis zum 27.03. von 5000 E-Gold. Also ist der Wahnsinn. Aber jeder, der jetzt denkt 5000 E-Gold, ist ein bisschen schlecht geschrieben, sondern 5000 USDT in E-Gold. Ja, also ganz wichtig an dieser Stelle, jeder, der jetzt hier hingeht und sagt 5000 E-Gold, seid ihr eigentlich Wahnsinn? Und hier sogar 50.000, Wahnsinn. Nein, es geht um USDT. Das fehlt hier leider im Text. Haben sie einen kleinen Fehler gemacht. Und dann habt ihr hier nochmal die Chance, an einem Price Pool von 49 E-Gold teilzunehmen. Ihr seht ja auch, wie das Ganze aufgeteilt wird. Und zwar wird das hier so aufgeteilt, dass wenn man 5000 Dollar in E-Gold tradet, Minimum, dann hat man die Chance, von Platz 10 bis Platz 4 rückwärts gedacht, zwei E-Gold für jeden zu bekommen. Also jeder, der hier auf diesen Plätzen landet, gibt es dann zwei E-Gold. Dann, wenn man 20.000 USDT an E-Gold tradet, dann gibt es für den dritten 5 E-Gold und für den zweiten sogar 10 E-Gold. Und wenn ihr es schafft, falls hier ein Trader sein sollte, wovon ich persönlich nicht ausgehe, wüsste ich nicht, warum mir Trader zuschauen sollen, aber wenn es jemanden gibt, der hier jetzt sagt, ich mache das Hardcore, ich will die 20 E-Gold haben, dann 50.000 Dollar in E-Gold traden. Also dann könnt ihr hier richtig abräumen. Echt der Wahnsinn. Und dann gibt es noch zusätzlich einen Teilnehmerpreis, für alle, die einfach nur teilgenommen haben, dann müsst ihr mindestens 300 Dollar in E-Gold, hier mit traden, das ist am Future Trading, Spot Trading, ist alles mit gemein. Und dann teilt ihr euch noch einen Price Pool, also einen Gewinnpool von 17 E-Gold, aber unter allen. Und da weiß man ja natürlich jetzt nicht, wie viele das werden. Und dann habt ihr hier eigentlich gut die Möglichkeit, was zu gewinnen, plus natürlich zusätzlich zu dem Dach, nicht mal Gewinnspiel, sondern einfach 2 E-Gold kaufen. Möglichkeit, Airdrop hier zu gewinnen, 10 MX Token, was auch nochmal 20 Dollar sind. Wie gesagt, ein Geschenkengaul, schaut man nicht ins Maul. Und jetzt sind es auch nur noch 13 Minuten, bis E-Gold hier gelistet wird, freut man sich sehr drauf. Zum Schluss des Videos schauen wir noch auf den Preis von E-Gold. Und da sehen wir auch aktuell, dass es wieder, ja, eigentlich so ein bisschen mit dieser Erholung ist, die gerade im Kryptomarkt passiert, aber natürlich auch aufgrund von News. Wir sehen das Thema Binance Week. Ich habe ja auch in der Elrond.de Gruppe, Telegram, habe ich ja auch gesagt, man sollte diese Week vielleicht nicht zu überbewerten, weil natürlich das auch ein krasses Marketing ist für die Scheiß, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß, dass die ganze Welt nicht so krass auf diese Dubai Week schaut. Da sind andere Events viel interessanter für die Welt gesehen, zum Beispiel in Amerika Events und so weiter, wie diese Week. Das macht man eher für Scheiche. Was natürlich aber auch top wäre, wenn dann ein Scheich sagt, 10 Millionen, gib ihm. Was er auch möglich ist, wir wissen alle, da unten in Dubai liegt viel Geld. Auf jeden Fall sehen wir aktuell, dass E-Gold nach oben geht. Das Thema auch Etium, sprich Launchpad, da sehen wir auch, dass es seit dieser Launchpad-Ankündigung auch eine positive Bewegung ist, aber auch generell im Moment der Kryptomarkt mit einer positiven Bewegung nach oben. Wer das nochmal nachvollziehen möchte, am Samstag gab es ja das Video einen Blick auf den Chart mit dem Trader Manu von Crypto.goo und er hat ja nochmal so einen Gesamtblick auf die ganze Situation geworfen und auch eine Aussicht für Elrond gemacht. In den Timesteps könnt ihr einfach vorspulen und euch das anhören, falls euch das interessiert. Und da sah die Bewertung für E-Gold im aktuellen Momentum eigentlich auch recht positiv aus und er sagte, er findet es gar nicht so schlecht. Wie gesagt, schaut da mal rein und dann wisst ihr eigentlich mehr. Ja, das ist es. Denkt an den Airdrop. Nehmt die mit, wenn ihr eh zwar E-Gold kauft, wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich kaufe keine oder ich habe aktuell eh kein Geld, fangt jetzt bloß nicht an, hier irgendwas zusammen zu kratzen. Investiert nur das, was ihr wirklich wollt und wenn ihr sagt, ich möchte eh mehr E-Gold haben, zum Beispiel halt fürs Launchpad, weil ich mir die Tickets sonst nicht leisten kann, kann ja sein, dann kann man das jetzt mitnehmen, aber wie gesagt, hier nicht irgendwie All-In-Moves oder sonst was. Da möchte ich nicht für verantwortlich sein, dass einer gesagt hat, hey, da gibt es 20 Dollar, ich beklaue jetzt meine Mama, damit ich was kaufen kann. Ne, sowas will ich gar nicht, macht bloß nicht so Blödsinn, sondern nur, wenn ihr wirklich vorhabt, sowieso zu kaufen, dann macht es Sinn oder es in naher Zukunft macht, warum dann nicht jetzt. In diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, viel abzuräumen für alle Leute auf der Maxi rund um das E-Gold Listing. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.